Ja, Gott in unseren Städten, gut, dass der Text im Plural ist, Ulm, Neu-Ulm, in unserer Zwillingsstadt, Gott liebt diese Stadt, Gott liebt unsere Stadt, Gott ist mittendrin in unserer Stadt und wir auch, Friedenskirche, nah bei Menschen, nah bei Gott. Viele Menschen leben hier, 3000 Menschen im Wiley, ungefähr 60.000 Menschen in Neu-Ulm, 120.000 Menschen in Ulm, so rund 200.000 Menschen in unserem Umfeld und wir sind so 400. Was können wir da schon tun? Was können wir da schon an gesellschaftsrelevanter Gemeindearbeit vollbringen? Ist es nicht ein bisschen eine Nummer zu viel? Wie ging es euch bei diesen Bildern, unsere große Stadt und dann unsere Einweihung zu sehen? Passt es zusammen, was können wir denn da erreichen? Können wir denn da was dazu tun? Das haben sich die Jünger auch mal gefragt, als sie vor einer Menge Leute standen. Das waren so ungefähr 5000 Männer und nochmal so viele Frauen und die hatten auch noch Kinder. Da war richtig was los und die Jünger haben sich gefragt, was können wir hier schon tun? Es ist spät geworden. In der Einöde, dort auf einem Berg, Jesus hat mal wieder lang gepredigt, die Leute haben Hunger gekriegt. Die Jünger sehen diese Massen und sehen das Problem und schicken sie weg. Also wir, das schaffen wir nicht, die sollen in die Dörfer gehen, Jesus schickt ihnen die Dörfer, die sollen sich zu essen kaufen. Eigentlich okay. Sie sehen das Problem, sie erkennen, wie groß die Übermacht quasi ist. Okay, wir sind zwölf, okay, Jesus dazu, 13, 5000, okay, kurzer Dreisatz, lalala, 0,2 Prozent sind wir. Das ist nicht so, das ist eine homöopathische Dosis fast irgendwie. Was können wir schon erreichen? Interessant, ich habe das mal umgerechnet, 200.000 Einwohner und 400 Friedenskirchler, 0,2 Prozent. Also hey, das ist nicht mal so. Also sie sehen das Problem und die sehen, die Leute haben ja ein Problem. Die sind nicht nur einfach so da, sondern die haben Hunger. Menschen, die Hunger haben, sind gefährlich. Also ich zumindest manchmal. Menschen, die Probleme haben, die wollen ja nicht einfach nur da sitzen, sondern die bringen ja was mit. Wie geht es uns mit den Problemen unserer Stadt? Ist das nicht eine Nummer zu groß, wenn man auch jetzt nochmal ein bisschen über unseren Horizont hinausschaut? Das Thema Integration, wir haben gerade Zwangsprostitution, gehört Sklavenhandel, Terrorangst, Rechtspopulismus oder auch im Privaten. Demenz meiner Eltern oder Burnout im Freundeskreis oder da grieselt eine Beziehung. Mensch, Jesus schickt die weg, da gibt es Profis für, die sollen sich da irgendwie drum kümmern. Also die Jüngern sehen die Größe und sehen das Problem und Jesus sieht eine Chance. Jesus sieht was anderes. Jesus sieht eine Möglichkeit Gottes und sagt zu ihnen, hey, gebt ihr ihnen zu essen. Das erste Prinzip dieser Geschichte ist von der Sorge zur Leidenschaft. Der Sorge zur Leidenschaft. Wir Deutschen sind ja super darin, uns Sorgen zu machen. Also uns alles abzuwägen und Risikomanagement und Krisen abwägen und analysieren und so. Bei uns ist immer alles schwierig. Kurzer Blick zu unseren Latinos. Ist so, oder? Okay, sie halten sich zurück. Genau. Also, oder ein Test. Ja, stellt euch vor, ihr wacht oder seid so im Halbschlaf oder träumt noch so ein bisschen oder so im Halbschlaf. Was für Gedanken kommen da? Kommen da, boah, was heute alles werden könnte und was das für ein Tag wird und nächstes Jahr, das wird alles super. Oder kommt eher, ich weiß auch nicht, wie ich das schaffen soll und das muss ich noch machen und das noch. Wir könnten jetzt Hand heben. Genau. Also, wir sind gut im Sorgen machen und das ist ja auch richtig. Die Jünger haben ja recht. Das sind viele und die haben Hunger. Jesus betet das auch nicht einfach weg oder tut so, als ob es keine Probleme gibt, aber er sieht was anderes da drin. Er sieht eine Möglichkeit Gottes zu handeln und das macht den Unterschied aus. Von der Sorge zur Leidenschaft, was könnte denn passieren in unserer Stadt? Was könnte denn passieren in meiner Nachbarschaft, in meiner Schule, in meinem Seniorenverein, wo ich da bin oder mit den Freunden, mit denen ich mich treffe? Was könnte passieren? Können wir uns das ausmalen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass eine Erweckung in unserem Land geschieht? Glauben wir das? Können wir das überhaupt sehen? Wir sind öfter oder oft voller Sorge. So, auch das Volk Gottes. Wir gehen nochmal tausend Jahre weiter zurück. Das Volk Gottes ist verschleppt nach Babylon. Also, wenn es eine Stadt gibt, in der kein gläubiger Mensch leben wollte, dann ist das Babylon. Babylon ist in der Bibel, das zieht sich von Anfang bis Ende durch, ist die Stadt, die quasi gegen Gott steht. Die Stadt voller Sünde und Gottlosigkeit. So, diese Gegenstadt, zu Jerusalem. Jerusalem, die Stadt des Friedens. Dort will man wohnen, dort will man hinkommen. Dort will man am Ende sein, in Jerusalem, nicht in Babylon. Aber jetzt sitzen sie da. Durch den Krieg, verschleppt an den Flüssen Babylons. Und die Frage ist, was mache ich jetzt da? Was machen wir mitten in dieser Welt, wo wir uns manchmal wünschen, noch viel näher bei Gott zu sein und am besten schon ganz bei ihm zu sein. Aber wir sitzen halt noch in Babylon. Und jetzt kannst du dir überlegen, wie dein Babylon gerade aussieht. Die Situation, wo du denkst, Mensch, warum stecke ich da eigentlich gerade drin? Kann das nicht jemand anders machen? Eigentlich, genau, es ist unbequem, es ist stressig, es macht mir Sorgen. Und manchmal fragt man sich, Mensch, Jesus, komm doch schneller wieder. Und setzt dem ein Ende. Aber du sitzt in diesem Babylon. Was auch immer das für dich gerade ist. Und dann schreibt Jeremia einen Brief von Gott. Ihr kennt diese Stelle schon. Da heißt es in Jeremia 29,7, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch hineingeführt habe. Ihr seid nicht aus Versehen in dieser Situation, nicht aus Versehen in Babylon. Da habe ich mal nicht irgendwie weggeschaut oder so, sondern ich habe dich da reingestellt. Und jetzt such den Shalom dieser Stadt. Klar, sehne dich nach Jerusalem. Aber jetzt suche den Stadtbestes, den Shalom dieser Stadt. Und dann in Vers 11. Ich habe Frieden, also den Schalom. Für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Mitten in Babylon, mitten in Neu-Ulm, mitten in deinem persönlichen Babylon. Von der Sorge zur Leidenschaft. Zu wissen, Gott hat hier was vor mit mir. Genau an diesem Punkt. Wenn wir das ernst nehmen, dann hat das zwei Veränderungen, zieht das nach sich. Eine persönliche Veränderung und eine Veränderung für uns als Gemeinde. Die persönliche Veränderung, dafür hat Jesus gebetet. In diesem besonderen Gebet in Johannes 17, wo er für seine Jünger bis ans Ende der Zeit für alle, die auch dann noch zum Glauben kommen werden, betet. Und da betet er in Vers 14 davon, dass wir nicht von dieser Welt sind. Und da denken die Jünger vielleicht, ja stimmt, wir sind nicht von dieser Welt und so. Und das ist auch alles anstrengend hier in dieser Welt. Und holt uns hier raus irgendwie. Wir wollen uns ja auch nicht die Finger schmutzig machen. Aber das Gebet geht weiter. Genau. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Mach sie durch deine Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Wir sind also nicht von der Welt, aber Jesus bittet extra darum, dass Gott uns nicht aus der Welt herausnimmt. Wenn du also in irgendeiner Situation gerade steckst, wo du denkst, Mensch ist das sperrig und der Alltag ist stressig und ich weiß gar nicht, wie das werden soll und wie das klappt. Da bist du genau an dem Punkt, wo Gott dich gerade hingebetet hat. Herzlichen Glückwunsch. Fühlt sich nur nicht so toll an manchmal. Mitten in diesem Stress. Und was Jesus dann auch betet, ist, dass er uns die Wahrheit gibt. Dass er uns heiligt durch die Wahrheit. Dass er uns in dieser Wahrheit vorbereitet, in dieser Welt zu sein. Er sagt also nicht genau, zieh sie da raus und mach, dass alles gut wird und jetzt schnell weg von hier oder so, sondern heilige sie durch die Wahrheit. Unser Auftrag ist, die Wahrheit in diese Welt hineinzubringen. Deshalb sind wir auf dieser Welt. Um die Wahrheit reinzubringen. Was ist die Wahrheit, wenn ich am Krankenbett stehe? Was ist die Wahrheit Gottes, wenn ich Spätschicht habe? Oder wenn es in der Familie stressig läuft? Was ist die Wahrheit Gottes, wenn ich Stress habe, wenn ich zum Arzt wieder gehen muss und ich weiß, was wiederkommt, wie es weitergehen soll? Was ist die Wahrheit Gottes? Heilige uns durch die Wahrheit. Und das heißt es, Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Wir hatten jetzt eine Predigtreihe vor ein paar Wochen. Da ging es darum, was ist die Wahrheit, wenn wir Fragen an Gott stellen? Warum lässt Gott das Leid zu? Wie ist das mit den Religionen? Wie können wir Wahrheit hineinbringen in unsere Gesellschaft? Wir werden nach Ostern die Predigtreihe starten, die heißt Mit Gott auf Arbeit. Da seht ihr schon mal das Logo dazu. Zu fragen, okay, was bedeutet es, mit Gott in dieser Welt zu sein? Montag morgens. Auf Arbeit, manche eben im Job, manche zu Hause in der Arbeit. Für jeden sieht Arbeit im Alltag gerade anders aus. Was bedeutet das? Also das ist so die persönliche Veränderung. Was ändert das in meiner persönlichen Haltung? Und das zweite, die gemeindliche Veränderung. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Wozu sind wir Friedenskirche da? Für wen sind wir da? Für die Mitglieder oder für die Nichtmitglieder? Bonhoeffer hat das mal so formuliert. Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Sie muss an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend, sondern helfend und dienend. Kirche ist Kirche, die für andere da ist. Kirche ist die einzige Organisation dieser Welt, die für ihre Nichtmitglieder da ist. Super Job, oder? Genau, als ich noch, ich denke, was für uns als Friedenskirche wichtig ist, dass wir nicht mehr rein diese pastorale Ausrichtung haben, sondern eine apostolische Bedeutung bekommen. Was meine ich damit als Pastor, so heißt ja meine Berufsbezeichnung, das heißt ja übersetzt Hirte. Und da habe ich noch gelernt im Studium so, ja, der Hirte kümmert sich um die Schäfchen. Genau, um die 99 halt. Genau, so der ist dann da und betüttelt und guckt, genau, und besucht und liebt die Schäfchen und pflegt die Schäfchen und dann macht man das ganze Programm für die Schäfchen und noch eine Jungschar und noch das und noch ein Projekt-Ding und noch Kurse und so, alle Schäfchen, genau, alle ganz glücklich im Stall und so, man hat alles zusammen. Aber das kann es ja noch nicht sein. So, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, als Friedenskirche eigentlich haben wir ja alles. Also wir haben ein tolles Gebäude jetzt und so und wir haben einen Finanzkreis und wir haben einen Miniclub und wir haben einen Kostbar und einen Winterspielplatz. Hey, eigentlich könnten wir jetzt die Türen zumachen und sagen, jetzt ist ja okay so. Ist doch gut so. Jeder Neue, der noch kommt, der stresst uns ja noch. Ah, wo sollen die, ah, den müssen wir noch unterbringen und so weiter. Merkt ihr, das ist, wenn man nur so als Pastoral drauf guckt. Ich glaube, Gott möchte uns in was Neues hineinführen und das ist ja, hat sich schon angedeutet über längere Zeit. Als Gemeindeleitung haben wir den Eindruck, dass wir wachsen sollen, damit wir noch mehr dienen können für diese Stadt. Damit wir Potenzial haben, um wirklich einen Unterschied zu machen in unserer Gesellschaft hier. 2015 auf der Klausur hat uns Gott gezeigt in der Gebetsrunde, Gebetsgemeinschaft, dass wir wie an so einer Schwelle stehen, also vor zwei Jahren. Und dass wir in dieser Klausur haben wir Gott versprochen, okay, wir gehen über diese Schwelle. Auch wenn wir noch nicht wussten, was in diesem neuen Raum kommt, das war noch nicht sichtbar in diesem Bild. Inzwischen haben wir den Eindruck, da wartet einfach, ich meine, jetzt muss man nur rausgucken, ich sehe gerade, wie jemand reinkommt, genau, alles ist durchlässig. Man sieht jetzt, wo dieser neue Raum ist, hier in unserer Stadt. Gott liebt diese Stadt und nimmt uns da mit hinein. Eine apostolische Gemeinde, die kümmert sich nicht nur, dass Menschen, oder Menschen kommen nicht nur, damit sie behirtet werden und versorgt werden, sondern damit sie wieder gesandt werden in dieser Stadt hinein. Eine apostolische Gemeinde ist nicht attraktiv, um Menschen anzuziehen, sondern um Menschen auszusenden. Neue Mitglieder, Mitglieder sind nicht dazu da, dass sie halt schön unsere Kurse füllen und alles, damit es hier schön voll wird, sondern das sind die Gesandten nach Babylon. Und hier werden sie zugerüstet. Merkt ihr, da kommt wie so ein Spektrum noch dazu. Zudem, dass wir eine pastorale Gemeinde sind, eine evangelistische Gemeinde, eine diakonische Gemeinde, eine betende Gemeinde, kommt jetzt wie so ein Schritt mehr noch dazu, eine apostolische Gemeinde. Seid ihr dabei? Ja, da war was. Genau, das bewegt uns. Okay, das war der erste Punkt, die nächsten werden ein bisschen kürzer. Also es kommen noch vier. Okay, also das zweite Prinzip, wir kommen zurück zu unseren 5000 Männern. Das zweite Prinzip ist Strategie. Die Jünger sollen die 5000 Menschen einteilen. Sie sollen sie in Gruppen zusammensetzen, zu je 50 und 100. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum? Sie sollen da ein Prinzip hineinbringen, eine Strategie hineinbringen. Sie sollen das Ganze organisieren. Und jetzt stellt euch das mal vor, wie die Jünger das machen. Wie gesagt, die Männer sind hungrig, das ist sonnig, es ist heiß. Und jetzt probiert man 5000 Männer zu unterteilen. Das ist ja schwer genug, eine Gemeinde einzuladen, von den letzten Reihen in die ersten Reihen zu kommen. Wie soll man dann 5000 Männer auf einem Berg koordinieren? Gar nicht so einfach. Aber Jesus sagt, die Strategie ist die Vorbereitung für das Wunder. Bevor das Wunder kommt, braucht es Organisation, braucht es Formen, braucht es eine Struktur. Wie wir das hier handeln, wie wir das hier machen. Okay, wir machen jetzt hier kleinere Gruppen. Und da kam bestimmt der Johannes, das war ja so ein Ruhiger, der hat so gemeint, also, liebe Leute, es tut mir ja leid, dass wir euch jetzt unterbrechen, aber könntet ihr vielleicht bitte, also es tut mir auch leid, dass ich jetzt Unannehmlichkeiten mache, aber würdet ihr euch vielleicht bitte ein bisschen so zusammensetzen? Oder Petrus, der sagt, okay, 50, 100 Gruppen, jetzt. Also, es könnt ihr euch aussuchen, was euch lieber ist. Genau, die Jünger, die dachten, okay, warum machen wir das jetzt? Da war noch kein Essen da. Und der Lieferservice hat auch nicht angerufen, dass er gleich kommt. Aber sie haben angefangen mit einer Struktur. Sie haben angefangen, wie ein Gefäß zu schaffen, in dem Gott dann wirken kann und handeln kann. Wir waren ja in Braunschweig, in dieser Gemeinde dort, die auch vieles sich entwickelt hat die letzten Jahre. Und die haben uns ein paar Mal gesagt, stellt Gott Gefäße auf. Stellt Gott Strukturen auf und eine Möglichkeit auf. Das Wunder ist sein Job. Gott muss das Gefäß füllen, das Gefäß. Aber habt den Glauben, stellt einfach mal ein Gefäß auf. Stellt eine Struktur her, eine Strategie her. Als Gemeinde machen wir uns heute Nachmittag Gedanken dazu. Ein Sozialwerk zu gründen oder eine Beratungsstelle im Kindergarten. Was ist dran? Wo möchte Gott, dass wir ein Gefäß aufstellen für ihn? Und wo möchte er, dass du in deinem Leben gerade ihm ein Gefäß aufstellst? Überlegst, wie könnte das jetzt aussehen in diesem Babylon, in dem ich gerade bin? Was könnte ich tun, ohne zu wissen, wie das noch gefüllt wird? Aber wie könnte ich mal anfangen, und das ist ein Glaubensschritt, ihm ein Gefäß zur Verfügung zu stellen? Denn zwischen der Vision und dem Wunder kommt die Strategie, kommt das leere Gefäß. Und dann drittens, das dritte Prinzip, fang an, das Brot zu brechen. Als Jesus gebetet hat und das Brot dann so langsam gebrochen hat, das hat sich immer noch nicht vermehrt. Als die Jünger das in die Hand bekommen haben, waren das immer noch fünf Brote und zwei Fische. Jesus hat nicht schon so einen Riesenberg da aufgetürmt, also es wäre ja schön gewesen, wenn da das Wunder schon passiert wäre. Ist es aber nicht. Das Wunder passiert erst im Teilen, nicht vor dem Geben, sondern im Geben, im Moment des Austeilens. Und dann stellt ihr euch die Jünger nochmal vor, also zwölf Jünger, fünf Brote, zwei Fische, also die meisten Jünger hatten ein halbes Brot, zwei hatten dann noch Fische und so. Und dann geht Johannes da mit seinem halben Brot, so vielleicht, so ein halbes Fladenbrot, geht auf die erste Gruppe zu. Geht so auf so eine Hundertergruppe und dann denkt er sich, ich fange bei einer Fünfzigergruppe an, geht dann lieber zu denen und denkt, okay, Moment, fünf, ich brauche für ungefähr, okay, für tausend Leute, ja, okay, ich fange mal klein an. Und dann hat er ihnen so das erst, so ein kleines Fitzelchen, okay, du kriegst jetzt das und du kriegst jetzt das. Er hat einfach angefangen, er hat mit kleinem Stückchen angefangen, das Brot zu brechen. Und so fängt doch alles an. Wir sehen manchmal den riesen Berg, fang einfach mit dem kleinen Brot an, was du hast. Und dann hat er da angefangen und dann hat er gemerkt, oh, das wird gar nicht weniger, ach, das ist gut, ja, okay. Dann wurden die Stückchen ein bisschen größer, so ein Zentimeter, ab jetzt so ein Zentimeter, okay. Und dann schon ein bisschen mehr und dann hat er gemerkt, wow, das wird, das wird, wow, zwölf Körbe sind übrig geblieben. Fang an, das Brot zu brechen. Das bisschen, was Jesus dir gerade gibt, auch wenn du denkst, das reicht niemals, wo soll das bis morgen vielleicht. Ja, dann reicht es bis morgen. Und dann kommt das nächste Stück Brot. Fang an, das Brot zu brechen und das zu teilen, was Gott dir gibt. Es geschah langsam, aber dann ist das Wunder passiert. Als Gemeinde wissen wir auch noch nicht so ganz genau, wo das hinführt. Wo Gott uns noch so ganz genau haben will, wissen wir noch nicht. Aber wir sind gehorsam, wir gehen diesen Weg, diesen Schritt, wir fangen an. Wir hatten jetzt die Stadtratsparteien da, die CSU und die SPD, die kleinen Parteien kommen noch, es gibt noch einen dritten Termin. Und wir haben ihnen unsere Räume gezeigt und was hier passiert und wie viel, dass wir hier sogar zwei Gottesdienste haben, manchmal sogar drei mit dem Abendgottesdienst. Die haben alle große Augen gemacht. Wir haben uns bedankt dafür, dass wir dieses Grundstück kaufen konnten. Wir haben uns bedankt dafür, dass sie sich einsetzen für diese Stadt. Und die haben gestrahlt, wie so ein Honigkuchenpferd, weil sie gemeint haben, normal, wenn sie eingeladen werden, kriegen sie halt Schimpfe. Also zu wenig Parkplätze, zu wenig Kindergartenplätze, zu wenig da, la, la, la. Und wir haben uns einfach nur bedankt und hatten leckeres Essen da und so. Aber wir haben ihnen unsere Ideen mitgeteilt. Wir haben gesagt, so, hier sind wir. Was könnte kommen? Was braucht diese Stadt? Wir wissen es nicht. Aber wir fangen damit an. Wir wollen dieser Stadt dienen. Wir sind bereit dazu. Mal gucken, was Jesus macht aus diesem Stück Brot. Ich habe auch den Eindruck, dass in letzter Zeit Dinge passiert sind, wo Gott uns prüft, so wie im Kleinen. Da waren zum Beispiel zwei Obdachlose, schon ein bisschen her, die bei uns überwintert haben. Ein spielsüchtiger Mann, den wir aufgenommen haben, den wir Gemeinschaft geboten haben. Das ist jetzt auf Therapie. Aber wo ich gedacht habe, okay, Gott, vielleicht sind das so kleine Stückchen gerade. Wo du mal probierst, na, wie, was macht die Friedenskirche draus? Und wer im Kleinen groß ist, dem traut Gott, wer im Kleinen treu ist, dem traut Gott noch Größeres zu. Also brech das Brot. Und das nächste Prinzip, das vierte Prinzip, zwölf Körbe. Die Jünger bleiben nicht hungrig zurück. Sie stehen im Überfluss. Zwölf Körbe sammeln sie zum Schluss ein. Zum Schluss sind sie selbst die Gesegneten. Die Jünger hungern nicht. Und wenn du anfängst, in deinem Babylon Gott ein Gefäß hinzustellen und mal die Kleinen, das, was gerade da ist an Kraft, was gerade da ist an Möglichkeiten, was gerade geht, wirst du zum Schluss nicht hungern. Wenn Jesus dich schickt, wenn Jesus dich in dieses Babylon schickt, dann wirst du zum Schluss nicht hungrig zurückbleiben. Als Gemeinde erleben wir das auch. 2016, also im letzten Jahr, sind 70 neue Menschen in die Gemeinde gekommen. 70 neue Menschen haben wir aufgenommen in den Freundeskreis oder als Mitglieder oder Kinder. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir gesellschaftsrelevante Gemeinde sein. Dann schickt Gott einen Lehrer in unsere Gemeinde, der das schon mal unterrichtet hat, diese Themen. Wir haben uns überlegt, wie können wir in die Gespräche mit der Stadt kommen. Gott schickt einen gläubigen Kommunalpolitiker in unsere Gemeinde. Der hilft uns dabei, der berät uns. Wir machen uns Gedanken, ob es ein Kindergarten dran ist. Gott schickt einen Ehepaar in unsere Gemeinde. Sie ist Erzieherin, mit Sozialfachwirt, er ist Unternehmensberater. Hey Gott, was machst du hier mit uns? Und dann noch die vielen treuen Mitarbeiter, ihr, die über Jahrzehnte hier treu euren Dienst tun und diese Gemeinde aufgebaut haben. Was sind wir beschenkt? Schaut euch das Foyer an. Wie hat uns beschenkt? Wir gehen nicht leer dabei aus. Gott lässt sich nicht lumpen. Gott versorgt uns gigantisch. Und jetzt kommt noch das fünfte Prinzip. Die Geschichte ist nämlich noch nicht ganz zu Ende. Da geht es um die andere Seite. Fünftens die andere Seite. Genau, der Bibeltext, den kannst du noch mal wegmachen, der kommt gleich noch mal. Nach dem Wunder sollen die Jünger mit dem Boot zur anderen Seite fahren. Habt ihr das schon mal gelesen? In der Bibel steht oft an manchen Stellen, sie stiegen ins Boot, um an die andere Seite, auf die andere Seite zu fahren. Was meint denn das? Wissen die nicht, wie die Stadt da heißt? Oder warum heißt es da ein paar Mal auch schon vor unserer Geschichte? Lasst uns an das andere Ufer fahren. Was meint das? Das See Genezareth, dort im Norden Israels, der hatte in, durch den See quasi verlief eine Grenze. Es gab eine jüdische Seite und eine heidnische Seite. Es gab die eine Seite, wo halt Jesus gelebt hat und Tiberius und Kapernaum und da gab es die andere Seite, dort wo die Städte Kanaans liegen. Die heidnische Seite, die böse Seite, da wo man nicht hingeht, als guter Jude. Und wenn man da irgendwie, dann muss man den Staub von den Füßen schütteln, man verunreinigt sich, wenn man dorthin geht. Also never, never geht man dorthin. Das gehört sich auch gar nicht. Man macht sich quasi schmutzig. Ein guter Jude würde niemals dort rüberfahren. Jesus sagt, wir fahren rüber. War wieder typisch Jesus. Jesus möchte mit seinen Jüngern in ein neues Gebiet fahren. In das, wo sich keiner sonst hingetraut hat. Und er sagt, so, wir fahren jetzt rüber und Jesus legt sich schlafen. Na super. Sturm kommt auf, mitten in der Nacht und die Jünger wissen natürlich, warum kommt Sturm auf? Weil wir wollen zu der anderen Seite, hinüberfahren auf die andere Seite. Da sollen wir gar nicht hinfahren, das ist nicht unser Gebiet und so. Sturm. Sie wecken Jesus, der stillt den Sturm. Dann kommen sie drüben an, auf der anderen Seite, in der Gegend der Gerasener, sind die heutigen Golanhöhen, Nähe der syrische Grenze. Dort kommen sie an. Und was erwartet sie? Großes Empfangs, roter Teppich. Ein verrückter Kerl. Ein Besessener, den man versucht immer wieder in Ketten zu legen. Ein verrückter Kerl, der in Felsengräbern wohnt, rumschreit, sich nicht bändigen lässt. Ein wilder Kerl, mit dem man nichts zu tun haben will. Jesus sagt, das ist unser Mann. Genau, vielleicht kennt ihr diese Geschichte, dann wird dieser Dämon ausgetrieben und die Dämonen gehen in diese Schweine, die Schweine stürzen sich ins Meer, die Schweinehirten kommen, beschweren sich. Übrigens, da war der verlorene Sohn, weil da sind die Schweine und die Schweinehirten. Okay, die beschweren sich und sagen zu Jesus, hau ab. Du als Jude hast hier sowieso nichts und das war jetzt auch noch unsere ganze Wirtschaft ist zerstört, diese ganze Schweine da unten und so. Also geh. Der Mann, der geheilt wurde, der wilde Kerl, der sagt zu Jesus, bitte nimm mich mit. Jesus sagt, nein. Sonst durften immer alle mit. Also, die hat er ja immer alle mitgenommen und der nicht. Er sagt zu diesem wilden Mann, geh in dein Haus zurück und geh in deine Stadt zurück. der wird zum Missionar für diese ganze Gegend, für diese ganze Region. So, die Jünger fahren wieder zurück und es geht weiter mit den Wundern und Gleichnissen und Erlebnissen und dann eben diese Speisung der 5000 und was passiert danach? Jesus schickt sie wieder rüber. Da heißt es im Bibeltext, Jesus nötigte die Jünger ins Boot hinüber zu fahren auf die andere Seite. Er trieb sie in das Boot auf die andere Seite, weil die wollten das gar nicht. Oh, Jesus nicht schon wieder da rüber. Merkt ihr, die Bibeltexte machen Sinn, wenn man mal ein bisschen checkt, worum es hier geht. Also, und diesmal schickt Jesus sie sogar allein. Jesus geht auf den Berg und betet und ich kann mir das vorstellen, es wird langsam dunkel, die Jünger sind auf dem Boot und sollen da rüber gehen und Jesus schaut von oben und betet für sie. Es kommt natürlich wieder Sturm auf, natürlich andere Seite, ich habe es gleich gesagt, da sollen wir gar nicht erst hingehen und so. Jesus macht sich auf den Weg, geht auf dem Wasser, möchte eigentlich, so steht es da, an ihnen vorüber gehen und auf der anderen Seite auf sie warten, aber dann kommt Petrus, der da aussteigen will und da mitmachen will, es klappt nicht ganz, okay, aber Jesus ist mit dem Boot und es geht gut. So, also sie kommen ein zweites Mal auf diese andere Seite, was erwartet sie jetzt? viertausend Männer. Viertausend Männer warten dort auf sie. Das Missionsprojekt mit diesem ein wilden Kerl, das wurde zur Erweckung. Da ist richtig was passiert, da ist Erweckung passiert, ein Schlüssel für diese ganze Region. Jesus als Jude, der hätte dort nicht missionieren können, aber dieser Mann, der dort einer von ihnen war, der hat gepredigt, der hatte die Chance, der hatte den Zugang zu diesem Gebiet, zu diesem Gebiet dieser kananitischen Städte. Gott hat Jesus durch diesen Mann wie so einen Schlüssel gegeben für diese ganze Region, für dieses neue Land und Gott gibt uns bis heute manchmal einen Schlüssel für neue Gebiete, in die bisher vielleicht noch keiner gegangen ist. Gebiete, die Gott dir in deinem Leben vielleicht öffnen will und sagen will, das fühlt sich ganz schön fremd an, wie so ein wilder Kerl und Gerasener und Golanhöhen und Jesus nötigt dich, steig in das Boot und fahr rüber. Aber er gibt dir einen Schlüssel. Jesus gibt dir den Zugang, zu diesen babylonischen Vororten, da wo du gerade gar nicht so sein willst. Ich glaube, und dafür beten wir nachher, er gibt dir einen Schlüssel dazu. Ich habe diesen Schlüssel bekommen, als ich hier vor neuneinhalb Jahren als Pastor eingesetzt wurde. Wer kann sich daran erinnern? Oh, okay. Genau, von Wolfgang Becker, der Gemeindeleiter damals. Ich hebe es mal hoch. Und er hat gesagt, so, jetzt sind wir als Pastorenehepaar hier, Ruth und ich und es soll so der Schlüssel sein zur Gemeinde, um hier so reinzukommen und reinzufinden in diese Gemeinde. Und ich glaube, Gott möchte euch auch einen Schlüssel geben für die Gebiete, in die er euch beruft. Jeden Einzelnen für euch in eurem Alltag. Und ich habe den Eindruck, dass Gott uns einen neuen Schlüssel gibt, das nächste Schloss, die nächste Tür aufzuschließen. Als Gemeinde, wir haben zum Beispiel immer gebetet für die Hochschule da drüben, mal mehr, mal weniger, aber wir haben nie dort einen Zugang gehabt zu dieser Hochschule. Da war nie, als wir kamen, hat Simon Ströbel noch drei Monate dort studiert und dann war er fertig. War super. Hatten wir nie einen Kontakt dazu. Und jetzt haben wir fünf Studierende in unserer Gemeinde als Mitglieder, die dort studieren. Im letzten halben Jahr ist das entstanden. Ein Professor von der Hochschule kommt in unseren Gottesdienst. Merkt ihr, kann das sein, dass Gott eine Tür aufschließt in neue Gebiete hinein? Also zurück nochmal zu unserer Geschichte. Die 4000 Männer, was passiert, wenn Männer zusammensitzen? Hunger. Es geht die ganze Zeit ums Essen. Also die 4000 Männer kriegen auch Hunger, so wie drüben die 5000. Die Jünger haben diesmal sieben Brote und ein paar Fische heißt das da. Werden alle satt? Ja. Wie viele Körbe sammeln sie ein? Sieben. Genau. Sieben Körbe sammeln sie ein. Okay. Körbe eingesammelt und so weit. Gehen wieder ins Boot. Och puh, endlich wieder zurück ins gelobte Land und so. Sind die zwölf Jünger zusammen, sitzen zusammen im Boot, was bekommen sie? Auch Hunger. Es geht die ganze Zeit ums Essen. Und gucken danach, ein Brot haben sie noch. Vergessen einzukaufen. Kommt ja auch manchmal vor. Sitzen an diesem Boot und streiten sich fast, wie machen wir das denn jetzt mit dem Essen? und denken, hey, zuerst 5000 Leute satt gemacht, 4000 Leute satt gemacht. Hey, ihr Zwölf werdet doch auch satt werden, oder? Und dann spricht Jesus zu ihnen und jetzt kommt der Bibeltext in Matthäus 8. Die hatten Angst, selber zu kurz zu kommen und jetzt fängt Jesus an, ihnen einmal ein bisschen was zu erklären. Genau, ich lese es hier vor. Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen. Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören. Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich euch fünf Brote für 5000 in Stücke brach? Wie viel Körbe voller Rest habt ihr damals aufgesammelt? Zwölf, antworteten sie. Und als ich die sieben Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viel Körbe voller Rest habt ihr da aufgesammelt? Sieben. Das ist so ein bisschen wie so eine Mathe-Sachaufgabe. Irgendwie, okay. Aber sie haben es drauf. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr immer noch nichts? Jesus lässt uns nicht, auch wenn wir zwölf dann sind, lässt dann nicht hungern. Aber ich habe mich schon immer mal gefragt, Mensch, warum waren das dann vier, also zwölf und dann sieben und so, was hat das für eine Bedeutung? Und zwar ist das so, dass diese zwölf Körbe, die stehen für die zwölf Stämme Israels. Gott macht also sein Volk satt. Und dann sind da diese anderen, auf der anderen Seite, da ist die Welt und da bleiben sieben Körbe übrig, die stehen für die sieben Nationen Kanaans. Das hat auch eine Bedeutung, warum das genau sieben sind, für alle, symbolisch, für alle Menschen, die dort wohnen, die Gott noch nicht kennen. Gott macht uns alle satt. Gott macht seine Leute satt und da muss keiner, auch die zwölf, nicht Angst haben zu verhungern. Aber Gott hat noch mehr Brot. Gott hat für die dreitausend da vorne, für die sechzigtausend, für die zweihunderttausend, hat Jesus Brot in der Tasche. Äh, wir, sieben Brote. Aber Jesus macht, dass es reicht. Jesus möchte uns satt machen und nicht nur uns als seine Gemeinde, sondern auch die Menschen, die auf der anderen Seite wohnen. Und Gott möchte dich hineinnehmen in diese neue Herausforderung. Gott möchte dir sagen, ich möchte dich dort gebrauchen und ich gebe dir dazu diesen Schlüssel, dass du einen Zugang bekommst zu dieser neuen Herausforderung, in die ich dich stelle. Dass du keine Angst haben musst zu hungern, sondern dass da viele da ist, dass viel da ist und dass ich das versorgen werde. Wir möchten gleich für Menschen beten, die sagen, ja, ich brauche diesen Schlüssel. Ich brauche es, ich stehe vor einer verschlossenen Tür und ich brauche, dass du mir da einen Zugang gibst. und ich brauche den Glauben, dass du da satt machst und ich nicht selbst zu kurz komme. Ich darf euch schon mal bitten, nach vorne zu kommen. Wir wollen jetzt in eine Zeit gehen des Lobpreises, der Anbetung. Aber am Anfang möchte ich beten und ich möchte besonders für die beten, die sagen, ich möchte von Jesus diesen Schlüssel haben für eine neue Herausforderung, in die ich komme. Ich lade euch ein, einmal aufzustehen. Überleg noch mal einen Moment, welche Herausforderung hat Gott gerade für dich? Überleg mal einen Moment, in welches neues Land möchte er dich hineinschicken? Lass uns so einen Moment der Stille haben, des Gesprächs vor Gott. Frag Gott, wohin möchtest du mich senden? Frag Gott, wohin möchtest du mich? und ich möchte jetzt für die beten, die so einen Schlüssel brauchen und wenn du gerade so einen Schlüssel brauchst, dann heb mal kurz die Hand dann zeig das Jesus und dann möchte ich für dich beten wenn du so einen Schlüssel brauchst, dann zeig jetzt Jesus das heb einfach deine Hand und zeig es ihm und ich möchte für dich beten, Jesus ich danke dir, dass du den Schlüssel hast für jeden von uns, danke Jesus, dass du weißt, wie der Zugang funktioniert dass wir kleine Stücke brechen können, dass wir was abgeben können vor der Herausforderung, in der Herausforderung, in der wir jetzt gerade stehen und du hast jeden Einzelnen gesehen, der diesen Schlüssel von dir jetzt braucht und erbittet und dass es ein Schlüssel voller Weisheit und Klarheit ist ein Schlüssel voller Wahrheit, wie du uns heiligst in der Wahrheit dass dieser Schlüssel die Wahrheit ist, in diese Situation hinein zu sprechen und das zu sprechen, was du sagen möchtest in diesem neuen Gebiet und dass du das Wunder tust und dass du durch diesen Schlüssel satt machst alle Menschen, die da Hunger haben alle Herausforderungen, die da sind, alle Not, die da ist alles, was uns wie zu groß erscheint du bist größer Jesus, du bist viel größer und du hast den Schlüssel dazu wir verehren dich, wir wollen das für dich einnehmen, neues Land auch als Gemeinde, Jesus das neue Land dir schenken das ist nicht für uns, sondern für dein Reich für dein Königreich, weil du bist der König für den König wollen wir dieses Land einnehmen dafür soll das alles sein dass du uns diesen Zugang gibst dass wir dir erschließen, dieses Land dir zur Ehre für den König Amen Amen